Das antike Forum in Rom, Zentrum der einstigen Supermacht. Im Jahr 71 nach Christus hallen die Mauern von einer tosenden Siegesfeier wieder. Soldaten des römischen Feldherrn Titus schleppen Trophäen aus dem eroberten Jerusalem durch die Stadt. Prunkstück der Beute, der siebenarmige Leuchter aus dem Tempel Javes, die goldene Menorah. Religiöser Symbol, unsterbliche Legende und bis heute Traum vieler Schatzsucher. Die Geschichte des berühmten Leuchters beginnt vor mehr als 3000 Jahren in den Wüsten des Orients. Nach dem Auszug der Israeliten aus Ägypten spricht Gott zu ihrem Anführer auf einem Berg im Sinai. Moses erhält von Jahwe zwei steinerne Tafeln mit den zehn Geboten. So steht es im Alten Testament. Gleichzeitig ergeht der göttliche Auftrag an das jüdische Volk, Kultgegenstände für den religiösen Ritus zu Ehren des Höchsten herzustellen. Einen Schrein zur Aufbewahrung der Gesetzestafeln, die Bundeslade. Außerdem einen Leuchter mit sieben Armen, ein Symbol des Lebensbaums. Er muss, so will es Jahwe, aus mindestens 30 Kilogramm Gold gehämmert werden. Wie die Bibel erzählt, fertigen die Israeliten auch einen Tisch aus Holz und Edelmetall. Darauf sollen die Priester als Dankesgabe für Jahwe Brote auslegen, daher der Name Schaubrot-Tisch. Die Heiligtümer begleiten das jüdische Volk auf seiner jahrelangen Wanderung in die verheißene Heimat. Unterwegs vollziehen die Diener Jahwes die vorgeschriebenen Zeremonien in einem Zelt, der sogenannten Stiftshütte. Mit der Eroberung des gelobten Landes finden die kostbaren Objekte eine Bleibe für viele Jahrhunderte auf dem Tempelberg von Jerusalem. Heute eine der bedeutendsten Städten des Islam. Von den jüdischen Gotteshäusern auf dem Felsplateau blieb kaum etwas erhalten. Nur die berühmte Klagemauer hat die Stürme der Zeit überdauert. Die mächtige Wand, ein letztes Zeugnis des Prachtbaus, den König Herodes in den zwei Jahrzehnten vor Christi Geburt errichten ließ. Der heiligste Ort für gläubige Juden. Das Haus Jahwes war eines der eindrucksvollsten Gebäude der Antike. Einer der Mauerquader misst 13 Meter und wiegt über 500 Tonnen, so viel wie zwei beladene Jumbo-Jets. Auch der einzige Innenraum, der aus jener Zeit erhalten ist, lässt noch die Dimensionen der gesamten Anlage erahnen. Die gewaltigen Gewölbe, seit einigen Jahren als Moschee genutzt, dienten als Eingangshalle. An hohen jüdischen Festtagen strömten tausende von Besuchern hindurch. Über Treppen erreichten sie den höher gelegenen Innenhof des Tempels. Das Gebäude selbst durften die Gläubigen nicht betreten. Ein Vorrecht, dass nur die Koanim, die Priester Israels, besaßen. Sie versahen den Dienst im heiligen Bezirk mit geweihtem Öl und Räucherwerk. Jeweils am Sabbat legten sie zwölf frische Brote auf dem goldenen Tisch aus. Einen Leib für jeden der zwölf Stämme Israels. Der hebräische Ausdruck Lechempanim bedeutet wörtlich Brot des Angesichts. Ein Opfer für Jahwe, zum Dank, dass er sein Volk ernährt. Auch das Nachfüllen des Öls in die Menorah gehörte zum Ritus. Die Zahl ihrer Arme steht für die sieben Tage der Schöpfung. Die Flammen verkörpern das göttliche Licht, die Anwesenheit Gottes bei seinem auserwählten Volk. Außer Tisch, Leuchter und Räucheraltar standen zu Zeiten des Herodes keine Kultgegenstände im Tempel. Die Bundeslade war bereits seit dem Überfall der Babylonier 500 Jahre zuvor verschwunden. Die Priester zählten zur High Society des Landes. Archäologen haben ihre Wohnungen in Jerusalem entdeckt. Die Ruinen zeugen von dem für antike Verhältnisse großen Luxus der Koanin. Palästina war zu jener Zeit eine Provinz des Römischen Reiches. Die Spitzen der jüdischen Gesellschaft arrangierten sich mit den Besatzern und nahmen ihren Lebensstil an. Doch im Volk regt sich Widerstand gegen die Fremdherrschaft. Im Untergrund operiert eine Befreiungsbewegung. Auch das Neue Testament erwähnt die Zeloten, die Eiferer. Sie wollen die verhassten Römer mit Waffengewalt vertreiben. Die Provinz Judäa versinkt immer mehr in Aufruhr und Chaos. Im Jahr 70 nach Christus zieht Titus mit seinen Legionen gegen die aufmüpfige Kolonie. Am 2. August erstürmen römische Soldaten die Mauern Jerusalems. Allein auf dem Tempelgelände fallen hunderte von Verteidigern in verzweifeltem Kampf. Die Legionäre plündern das Haus Javis und schleppen seine wertvollen Schätze als Kriegstrophäen weg. Schließlich stecken die Sieger das Gebäude in Brand. Eine gewaltige Feuersbrunst vernichtet das Gotteshaus. Als ob der ganze Tempelberg in seinen Fundamenten koche, so schildert ein Zeitzeuge das Werk der Flammen. Ein Jude, der in römischen Diensten Karriere machte. Flavius Josephus. Mit seinen ausführlichen Erinnerungen an die letzten Tage von Jerusalem hinterließ er ein bewegendes Dokument der dramatischen Ereignisse. Das Vernichtungswerk der Eroberer ist gründlich. Was das Feuer vom Tempel übrig lässt, wuchten die Soldaten über die Kante des Plateaus in die Tiefe. Seit damals gibt es kein Heiligtum Javis mehr. Am Ende der systematischen Zerstörung streuen die Eroberer Salz über die Ruinen der Stadt und ziehen mit ihrer Beute zurück nach Rom. Mit der Katastrophe des Jahres 70 beginnt der Untergang des ersten Staates der Juden. Von da an zerstreut sich das Volk über die ganze Welt, bis die Gründung des modernen Israel 1948 die Diaspora beendet. So ist der Triumphbogen am Forum Romanum, von Titus zum Gedenken an seinen Sieg errichtet, auch ein Mahnmal jüdischer Geschichte. Die Innenseite des marmorverkleideten Baus schmückt ein weltberühmtes Relief, eine Momentaufnahme in Stein. Soldaten schleppen den Schaubrot-Tisch und die Menorah aus dem Jerusalemer Tempel durch die Straßen Roms. Selbst nach fast 2000 Jahren präsentiert sich der fein gemeißelte Leuchter noch mit allen Details. Akribisch genau hat der römische Künstler die Einzelheiten des symbolträchtigen Beutestücks festgehalten. Das erlaubt Spezialisten für Modellbau, die Menorah exakt zu rekonstruieren. In einem Studio bei Frankfurt am Main diskutieren die Fachleute den Nachbau des Sockels. Mit kritischem Blick überwacht ein Kunsthistoriker den anspruchsvollsten Abschnitt des Experiments. Als Vorlage dienen Fotografien des Deutschen Archäologischen Instituts in Rom. Das DAI ließ vor einigen Jahren den Titusbogen wissenschaftlich dokumentieren. Die Fabelwesen auf dem Sockel des Leuchters haben Historiker schon immer verwundert. Die Abbildung von Tieren auf sakralen Objekten ist nach altjüdischer Tradition verpönt. Denn viele Kreaturen gelten als unrein. Die Darstellungen, die in der Frankfurter Werkstatt originalgetreu wieder entstehen, entstammen einem anderen Kulturkreis. Offensichtlich sind sie beeinflusst vom Hellenismus, der seit Alexander dem Großen griechisch geprägten Welt des vorderen Orients. Die vorgefertigte Negativform aus Silikon gießen die Modellbauer mit flüssigem Kunststoff aus. So gewinnen sie das endgültige Relief. Im Altertum trieben die Künstler die Motive in dünnes Goldblech. Der Überlieferung nach stiftete König Judas Maccabeus um 160 v. Chr. eine neue Menorah für den Tempel. Vermutlich das Exemplar, das in Rom landete. Seinen strahlenden Glanz ahmen die Männer aus Frankfurt mit Pinsel und Farbe nach. Schuf der römische Bildhauer eine authentische Wiedergabe, weil er die Menorah aus Jerusalem vor Augen hatte? Oder gestaltete er das Design auf dem Sockel aus der Fantasie? Wir können davon ausgehen, dass der römische Künstler, der diese Menorah auf dem Titusbogen verewigt hat, sicher diesen Leuchter gesehen haben wird. Und nicht ohne Grund hat darum der jüdische Staat beschlossen, diese Menorah als Symbol im Wappen zu tragen. Im Studio nimmt auch der Schaubrot-Tisch noch einmal Gestalt an. Ebenso wie die beiden Posaunen, die auf dem römischen Relief zu sehen sind. Die gehörten ja nicht zu den Tempel-Instrumenten, die vor dem Allerheiligsten standen, zusammen mit der Menorah, sondern man wird sie aus die Po-Räumen genommen haben. Dort gab es sie in großer Anzahl. Und dann später eben für den Triumphzug hat man sie an diesen Schaubrot-Tisch montiert. Auch den goldenen Kult-Tisch kann Modellbauer Bernd Kammermeier nach der römischen Abbildung rekonstruieren. Deutlich zu erkennen, die Ornamente, mit denen die Kunsthandwerker einst die verschiedenen Zierleisten schmückten. Obwohl das Relief stark zerstört ist, verrät es noch, dass die Beine in Löwentatzen endeten. Wir können wirklich sagen, der Tisch ist korrekt rekonstruiert. Dass Menorah und Schaubrot-Tisch im Tempel des Herodes standen, geriet in den Jahrhunderten nach dem Raub in Vergessenheit. In zeitgenössischen Dokumenten tauchen sie als Instrumente Salomons auf. Ein Irrtum, denn der weise König aus dem Alten Testament lebte 900 Jahre vor Herodes. Was am Tiber mit dem Jerusalemer Schatz geschah, auch das erlebte Flavius Josephus aus nächster Nähe. Mit den römischen Legionen war der Augenzeuge der Tempelzerstörung aus dem Heiligen Land nach Italien gekommen. Der jüdische Historiker berichtet von einem begeisterten Empfang. Wie alle Feldherren des Imperiums feiert Titus seinen Sieg mit einem pompösen Triumphzug. Kriegsgefangene und die spektakulärsten Beutestücke lässt er vor der Bevölkerung zur Schau stellen. Die exotischen Schätze erregten bei dem neugierigen Publikum ungeheures Aufsehen, schreibt Josephus. Stellten die Trophäen doch einen enormen Wert dar. Zusammen mit den berühmten Prunkstücken fielen den Römern in Jerusalem Tonnen von Gold und Silber in die Hände. Das Kapital sollte in ein ehrgeiziges Projekt fließen. Mit dem Reichtum vollendet Titus eines der Wunderwerke der Antike, das gigantische Kolosseum. Die schönsten Objekte befiehlt der Imperator im Tempel der Friedensgöttin aufzustellen. Ein Museum besonderer Art. Interessiert bestaunt die Bevölkerung die Attraktionen aus den fernen Ecken des Weltreichs. Längst ist der Friedenstempel vollständig vom Erdboden verschwunden. Doch in der ewigen Stadt erinnern andere Spuren an das Inventar aus dem Hause Javes. Wie die frühen Christen, so bestatteten auch die Juden der Tiber-Metropole ihre Toten in unterirdischen Friedhöfen, den Katakomben. Viele aus Palästina vertriebene Menschen hatten sich in der Weltstadt angesiedelt. In den künstlichen Höhlen ritzten sie an vielen Stellen Abbildungen des siebenarbigen Leuchters in die Wände. Nach dem Verlust ihres Tempels erkoren die Juden die verschleppte Menorah zum wichtigsten Symbol ihres Glaubens. Und zum Symbol der Hoffnung, irgendwann in die Heimat zurückzukehren. Vom vierten Jahrhundert an sank der Stern des römischen Weltreichs. Italien geriet zum Spielball in den Händen germanischer Warlords. Als Völkerwanderung ging die Epoche in die Geschichte ein. Im Jahr 410 rennt ein westgotisches Heer unter seinem Anführer Alarich gegen die ewige Stadt an. Sie fällt nach kurzer Belagerung. Von der vernichtenden Attacke der Germanen wird sich die antike Metropole nicht mehr erholen. Das Schlüsseldatum für den Niedergang des Imperiums. Prokopius, einem Historiker aus dem 6. Jahrhundert, verdankt die Nachwelt die Überlieferung der Tragödie. In seinem Werk, Die Gotenkriege, berichtet er, dass die Eroberer Berge von Gold aus Rom wegschleppten. Darunter den jüdischen Tempelschatz. Der Chronist erwähnt auch die nächste Station auf dem berüchtigten Raubzug, Cosenza in Kalabrien. In der kleinen Stadt am Flüsschen Busento lebt die Erinnerung an den siegreichen Alarich bis heute. Im Alter von etwa 40 Jahren sei der Anführer der Westgoten in der Nähe des Ortes verstorben und mit der Beute aus Rom bestattet worden, heißt es. Der deutsche Dichter August von Platen hat dem toten Krieger ein unvergängliches Denkmal in Fersen gesetzt. Nächtlich am Busento lispeln bei Cosenza dumpfe Lieder. Aus den Wassern schallt es Antwort, in den Wirbeln klingt es wieder und den Fluss hinauf hinunterziehen die Schatten tapferer Gurten, die den Alarich beweinen, ihres Volkes besten Toten. Inspiriert zu den Fersen fühlte sich der Deutsche vom Bericht des Jordanes aus dem 6. Jahrhundert. Die Krieger aus dem Osten, schreibt der Historiker in der Goten Saga, leiteten den Busento um und versenkten die Leiche ihres geliebten Königs mitten im Flussbett. Dann lenkten sie die Wassermassen zurück und schufen so für alle Zeiten ein perfektes Versteck für ihren Herrscher samt seiner unermesslichen Beute. Seit dem 18. Jahrhundert beflügelt der Bericht des Jordanes die Fantasie von Abenteurern und Glücksrittern. Aber an welche Stelle genau Alarich gebettet wurde, lässt der Autor offen. Spezialisten für antike Wassertechnik der Fachhochschule Darmstadt nehmen das Gelände in Augenschein. Viele Hobbyforscher glauben, den Ort der heimlichen Bestattung zu kennen, den Zusammenfluss von Busento und Krati, mitten in der Stadt. Aber hätten die Gurten das Grab direkt unter den Augen der Bewohner angelegt? Um es dauerhaft vor Räubern zu schützen, müssen sie einen einsam gelegenen Platz außerhalb von Cosenza gewählt haben. Für den Fachmann der Grund, warum bislang noch niemand die mythenumrangte Ruhestätte gefunden hat. Die Flüsse Kalabrien sind ausnahmslos Gebirgsflüsse, die naturgemäß sehr viel Geschiebe, das heißt Sand, Steine und Schlamm mit sich führen. Und zwar so lange, wie die Strömungskraft ausreicht, um dieses Material zu transportieren. Sobald das Flussbett flacher wird, wie dies zum Beispiel am Busento hier unterhalb von Cosenza der Fall ist, lagert der Fluss dieses Material ab, sodass er sich selbst Hindernisse aufbaut, die er anschließend wieder umfließen muss. So verlagert er ständig sein Bett, sodass wir heute nicht mehr feststellen können, wo sich der Fluss im Jahre 410 befand. Und deshalb auch nicht wissen, wo sich das Grab Alarichs, wenn es sich denn überhaupt hier befand, heute zu suchen ist. Doch die Legende lebt ungebrochen. Der Skepsis der Wissenschaft zum Trotz. Zwei Schatzsucher aus Cosenza glauben fest daran, den Ort des Alarich-Grabes zu kennen. Natale und Francesco Bosco durchstreifen seit Jahren die Schluchten am Oberlauf des Busento. In einem Berghang über dem Wasserlauf haben sie den Eingang zu einer Höhle entdeckt. Der alte Flurname des Areals lautet Rigardi, ein gotisches Wort. Es bedeutet, behandle diesen Ort mit Respekt. Ein Hinweis auf den in der Grotte bestatteten Regenten? Haben Alarichs Männer den primitiven Altar eigens für die feierliche Begräbniszeremonie aus der Felswand gemeißelt? Natale Bosco ist noch auf andere Indizien für das verschollene Grab gestossen. Die Westgoten haben meiner Meinung nach im Inneren der Höhle einen Schacht in die Tiefe getrieben. Dort Alarich samt seiner Schätze bestattet und anschließend mit einer enormen Menge Geröll aus dem Busento. Also nicht unter dem Fluss, wie der antike Chronist schreibt, sondern unter dem Geröll des Flusses ist Alarich bestattet worden. Wie man hier deutlich sehen kann, besteht der Höhlenboten aus Kiesel und nicht aus erodiertem Stein, der ganz fein wäre. Die Kiesel wurden, wie ich glaube, von den Goten hier heraufgeschafft. Der Hobbyarchäologe will endlich bei den Behörden eine Grabungsgenehmigung durchsetzen. Hofft er, ähnliche Kostbarkeiten aus dem legendären Schatz der Westgoten zu finden? Die einzigartigen Objekte kamen im heutigen Rumänien ans Tageslicht. Ganze Wagenladungen schönster Juwelen häuften die Goten auf ihrem langen Kriegszug an. Prachtvolles Geschmeide, mit dem sie auch ihre Verstorbenen für die letzte Reise schmückten. Die Irrfahrt des Jerusalemer Tempelgoldes jedoch endet nicht in einem westgotischen Königsgrab. Die wertvolle Fracht zieht mit dem heimatlosen Volk weiter. Alarich hatte den Plan, nach Nordafrika überzusetzen. Aber nach seinem Tod geben die Goten die waghalsige Idee auf. Sie wenden sich einem ganz anderen Ziel zu. Von Cosenza aus marschieren sie durch ganz Italien und dann in den Süden Frankreichs, ins Languedoc, das in der Spätantike Aquitanien heißt. Dort gründen sie ein Königreich, das sich fast 100 Jahre lang behaupten kann. Die Region gehörte einst zur römischen Provinz Gallien. Das Erbe des Imperiums, fruchtbare Felder, Straßen und Städte. Ein idealer Siedlungsraum für das entwurzelte Volk. Ihren kostbarsten Besitz bringen die neuen Herren des Landes hinter den gewaltigen Mauern von Carcassonne in Sicherheit. Hier lagerte der königliche Schatz. Darin befanden sich auch die Geräte des Hebräer König Salomon, die außerordentlich sehenswert waren. Die Römer hatten sie einst aus Jerusalem mitgebracht. Notiert Prokopius über Carcaso. Doch weil die feindlichen Franken aus dem Norden angreifen, müssen die Goten ihre Reichtümer schon bald in verschiedenen Festungen verstecken. Vielleicht auch im einsam gelegenen Rennes-le-Château, einem der mysteriösesten Orte Frankreichs. Ausgrabungen sind verboten, warnt ein Schild am Ortseingang. Nirgendwo sonst auf der Welt hält der Tempelschatz von Jerusalem Menschen nach wie vor so in Atem, wie in den unscheinbaren Gassen der 45-Seelen-Gemeinde. Die Westgoten legten den Grundstein für die Siedlung. Dort, wo heute das verwunschene Dorf steht, bauten sie einst die Burg Redaille. Über das verschlafene Nest existieren Dutzende dicker Bücher. Bis vor wenigen Jahren gruben dort Schatzsucher aus aller Welt um die Wette. Bis der Bürgermeister dem Treiben in dem französischen El Dorado resolut Einhalt gebot. Im Dorf findet man überall Löcher. Die ganze Gemeinde ist regelrecht in einen Schweizer Käse verwandelt worden. Jahrelang wurde die Umgebung umgewühlt. Trotz eines Gesetzes, das Ausgrabungen im Dorf selbst seit 1965 verbietet. Und noch immer kommen heimlich Leute mit einer Karte in der Hand, die fest daran glauben, irgendwo hier in der Gegend über eine Kiste, gefüllt mit Gold, zu stolpern. Grund für die Hysterie? Ein Mann im Priesteramt. Abbé Beranger Sonnier. Schon die erstaunlichen Lebensumstände des katholischen Geistlichen regen die Fantasie an. Der Pastor kam offensichtlich zu sehr viel Geld. Er steckte es in eine großbürgerliche Residenz. Ungewöhnlich für einen französischen Dorfpfarrer Ende des 19. Jahrhunderts, der normalerweise arm war wie die sprichwörtliche Kirchenmaus. Als Pfarrhaus gönnte er sich eine großzügige Villa. Woher stammte das Vermögen für das imposante Anwesen mit zahlreichen Räumen im Schick der Jahrhundertwende? Hatte der Seelenhirte den Schatz gefunden, wie viele selbsternannte Experten glauben? Oder konnte er großzügige Financiers mit dem Versprechen ködern, er werde für sie den sagenhaften Hort der Westgoten aufspüren? Die einzige Person, die es wissen konnte, war seine Haushälterin Marie de Narnot. Mit ihr verband ihn offenbar mehr als nur ein Arbeitsverhältnis. Ein Mann zwischen Bibel- und Börsenkursen. Der Diener des Herrn spekulierte in Erdölaktien und amerikanischen Eisenbahnen. Das erregte sogar das Misstrauen des Vatikan. Aber weder Bitten noch Drohungen aus Rom konnten Sonnier bewegen, seine Geldquelle preiszugeben. Nicht nur die ungeklärten Finanzen des AB lassen Fragen offen. Auch das Kirchengebäude von Rennes-le-Château gibt Rätsel auf. Warum ließ Sonnier über dem Eingang des Gotteshauses die düsteren Worte einmeißeln, Terribilis est locus este. Dies ist ein schrecklicher Ort. Den Innenraum gestalteten Künstler ganz nach dem Geschmack des umtriebigen Priesters aus. Sonderbar die Anspielung auf die Kabbalah, das alte Geheimwissen der Juden. Wollte der eigensinnige Gottesmann auf verschlüsselte Weise die geheime Quelle seines Reichtums andeuten? Das Weihwasserbecken stützt ein Dämon. Die Skulptur stellt Asmodeus dar in der jüdischen Überlieferung der Hüter verborgener Schätze. Als Sonnier 1897 mit der Renovierung begann, ahnte er nicht, welche Überraschung auf ihn wartete. Kurz zuvor war er zum Seelsorger der verarmten Gemeinde bestellt worden. Er fand das kleine Gotteshaus in erbärmlichem Zustand vor. Der westgotische Bau musste von Grund auf erneuert werden. Der neue Amtsträger hatte damals keinen Franc in der Tasche und war gezwungen, sich das Geld zu leihen. Eines Tages rissen die Maurer den alten Altar ab. Dabei machten sie einen sensationellen Fund. Ein verstaubtes Pergament. Einer der Vorgänger des Priesters muss es versteckt haben. Mehr als alles andere hält das Dokument seither die Spekulationen über den jüdischen Tempelschatz in der Erde Frankreichs in Gang. Erklärt das Schriftstück den plötzlichen Reichtum des Abbe? Enthält es die entscheidende Botschaft, die ihn zum Jerusalemer Gold führte? Auf den ersten Blick präsentiert sich der Text als ein handgeschriebener Ausschnitt aus der lateinischen Fassung des Neuen Testaments. Die Anordnung der Lettern zeigt jedoch merkwürdige Auffälligkeiten. Offensichtlich hat der Schreiber einige Buchstaben absichtlich höher gesetzt. Aus den Zeilen herausgelöst und in Reihenfolge gebracht, bilden die Schriftzeichen einen französischen Satz. Übersetzt lautet er, dieser Schatz gehört Dagobert dem Zweiten und Zion und er ist der Tod. Dagobert war ein König der Franken, der den Besitz der Westgoten in Südfrankreich an sich brachte. Sion ist Zion, der biblische Name für Jerusalem. Was aber bedeutet der Hinweis La Mort, der Tod? Droht er dem, der das Gold Jahwes findet? Der verschlüsselte Text, der plötzliche Reichtum eines Pfarrers, der Tempelschatz und die Spuren der Goten, alles passt auf erstaunliche Weise zusammen. Im winzigen Bergnest Custosa, nur ein paar Kilometer entfernt von Rennes-le-Château, scheint sogar das angekündigte Unheil eingetroffen zu sein. Bald nach dem Auffinden der Pergamentrolle geschieht dort eine schreckliche Tat. Und wieder ist ein Priester in die unheimlichen Vorgänge verwickelt. In der Nacht zum 1. November 1897 pocht eine Person an die Tür des Pfarrhauses. So rekonstruiert die Polizei später den Fall. Der von Natur aus misstrauische Abbé Gélie muss den Besucher gekannt haben. Er lässt ihn ein. Die beiden Männer geraten in Streit. Der Grund für die Auseinandersetzung zwischen dem Gottesdiener und seinem Gast konnte nie in Erfahrung gebracht werden. Tatsache ist, die Begegnung endet für den alten Abbé tödlich. Gründlich durchwühlt der Mörder alle Räume seines Opfers. Wonach sucht er? Jedenfalls tastet er die erstaunlich hohen Mengen an Bargeld nicht an. Stammt das Vermögen aus derselben Quelle wie der Reichtum seines Kollegen Sonnière? War etwa er der Mörder? Hatte Abbé Gélie mit seinem Amtsbruder aus dem Nachbarort zunächst gemeinsame Sache gemacht, ihn dann aber erpresst? Besaß er belastende Papiere, die Sonnière entlarvt hätten? Spekulationen, die bis heute nicht aufgeklärt sind. Die Wahrheit kennt niemand mehr. Der Ermordete nahm sie mit ins Grab auf dem verwunschenen Friedhof von Kostosa. Doch vielleicht liegt der Schlüssel zur Lösung des Rätsels ganz woanders. Jahrelang hat der britische Autor Richard Andrews für ein Buch über Ren Luchateau recherchiert. Dabei ist er auf eine verblüffende Lösung für die wahre Bedeutung des ominösen Todeskodes gekommen. Folgen wir der Spur aus dem Pergament, das Sonnière bei der Renovierung seiner Kirche fand. Die Botschaft lautet, der Schatz gehört Zion und er ist der Tod. La mort. Was bedeutet dieses rätselhafte La mort? Einen Fluch? Man kann sicher viele Vermutungen anstellen, aber meiner Meinung nach gibt es eine ganz einfache Erklärung. Wenn wir die sogenannte Cassini-Karte aus dem 17. Jahrhundert betrachten, finden wir den Flurnamen La mort. Er geriet später in Vergessenheit. Der Platz liegt gerade 2000 Meter von Ren le Chateau entfernt, da unten im Tal. Ein kleiner sandiger Hügel. Vielleicht will das Pergament nichts anderes sagen, als dass der Schatz, der einmal Zion gehörte, unter dem Hügel La mort liegt. Kannten die beiden Dorfpfarrer die Cassini-Karte? Identifizierten sie La mort? Gruben sie dort das Gold aus und verhökerten es? Niemand weiß es. Sonnière starb in einer Winternacht des Jahres 1917. Auf dem Totenbett soll er sein großes Geheimnis seiner geliebten Marie d'Ernano anvertraut haben. Sie überlebte den Priester um fast 40 Jahre. Kurz vor ihrem Tod verbrannte sie ein dickes Bündel von Geldscheinen. Sie waren durch die Einführung neuer Banknoten wertlos geworden. Tauschte sie das Vermögen nicht um, weil sie seine Herkunft nicht preisgeben wollte? Löste sich in den Flammen das schlechte Gewissen eines Priesters auf Abwegen buchstäblich in Rauch auf? Was auch immer in dem französischen Dorf geschah, um die Odyssee von Javisgold ranken sich noch andere Geschichten. Eine Spur führt weiter nach Süden, Richtung Spanien. Über Jahrzehnte von den Franken aus dem Norden bedrängt, ziehen sich die Westgoten um die Mitte des 6. Jahrhunderts dorthin zurück. Von den mehr als 200 Jahren ihrer Herrschaft blieb auf der iberischen Halbinsel nicht viel übrig. Nur wenige Bauwerke stehen heute noch. In einer der Kirchen hat sich heidnisches Erbe erhalten, die alten Götter, Sol, die Sonne im Strahlenkranz. Und Luna, der Mond, mit schmaler Sichel. Tribut an die Vergangenheit. Offiziell bekennt sich das Germanenvolk zum Christentum. Die Einwanderer sind mit der Heiligen Schrift vertraut, mit Moses, Salomon und Jesus. Und so auch mit dem Schicksal des jüdischen Tempels. Toledo, die alte Metropole im Herzen des Landes, machen die gotischen Herrscher zur Hauptstadt ihres Reiches. In der strategisch günstig gelegenen natürlichen Festung beziehen sie Residenz. Ihre Schätze lassen sie hinter den trutzigen Mauern in Sicherheit bringen. Legenden malen jene Epoche in schillernden Farben. Von einem prächtigen unterirdischen Palast und seinem geheimnisvollen Inventar ist die Rede. An erster Stelle rühmen die Volksmärchen nichts Geringeres als den Tisch des Salomon. Wie kommt es, dass bei den Einwohnern von Toledo bis heute ein jüdisches Kultobjekt populär ist? Eine Geschichte, die jeder kennt. In dem Palast gab es zwei große Säle, erzählt die Legende. In dem einen befand sich der Tisch des Salomon, im anderen eine Truhe mit einer Pergamentrolle. Darauf geschrieben eine Weissagung. Der Westgutenkönig Roderich, so erzählt die Sage weiter, brach die Siegel an den Toren des verzauberten Palastes, öffnete die Truhe und las die Weissagung, die darin enthalten war. Die Prophezeiung lautete, dass sein Reich untergehen werde und das ist ja auch in Wirklichkeit dann geschehen. Vielleicht sind die zahllosen Höhlen unter der Stadt der reale Kern in der fantastischen Erzählung vom Zauberpalast tief in der Erde. Ein Labyrinth mit endlosen Gängen. Weil sie einzustürzen drohten, ließen die Behörden inzwischen die meisten Stollen zuschütten. Vermutlich nutzten die Gurten die dunklen Kammern als Tresor für ihren Staatsschatz. Der Sage nach gehörte der goldene Tisch aus Jerusalem dazu. Die Menorah jedoch findet keine Erwähnung. Weit von Toledo entfernte Ereignisse geben der Geschichte eine unerwartete Wendung. Von Mekka aus tritt eine neue Religion, der Islam, den Siegeszug an und verändert das Gesicht der europäischen Landkarte. In wenigen Jahrzehnten erobern die muslimischen Araber den Nahen Osten und ganz Nordafrika. 711 setzt ein Heer unter dem Banner Mohammed nach Spanien über. Wenige Monate später erreichen die Wüstensöhne unter ihrem Anführer Tarek die Hauptstadt der Goten. Toledo fällt unter dem Ansturm. König Roderich muss fliehen, sein Reich ist verloren. Gerade noch rechtzeitig kann er seine Schätze fortschaffen. Der muslimische Feldherr jagt mit dem Heer unaufhaltsam weiter nach Norden. Eine arabische Chronik wartet mit einer überraschenden Information auf. Tarek kam zu einer Stadt. Er nannte sie die Stadt des Tisches, weil er dort den Tisch des Salomon, des Sohnes Davids fand. Dank geografischer Angaben der Quelle bringt die Fahndung nach dem Ort Medinaceli ins Visier. Das Städtchen an einer der Hauptrouten des Landes eroberten die Krieger Alas im Handstreich. Fiel den Angreifern bei der Erstürmung der kleinen Festung der Schatz der Westgoten in die Hände? Hatte König Roderich auf der Flucht die Reichtümer dort zurückgelassen? Berge von Gold für die Männer aus dem Mordenland? Wenn Tareks Soldaten Kisten voller Geschmeide zusammenrafften und Säcke mit Perlen und Edelsteinen füllten, könnten sie auch das jüdische Sakralobjekt entdeckt und mitgenommen haben. Oder hat der arabische Chronist das Märchen vom Tisch Salomons in Toledo gehört und einfach weitergesponnen? Kann die sensationelle Meldung des Autors überhaupt historisch fundiert sein? Am obersten staatlichen Forschungsinstitut in Madrid, einer renommierten Einrichtung, hat sich Dr. Manzano Moreno auf die Geschichte des arabischen Spanien spezialisiert. Seit Jahren durchforstet er die Chroniken von Al-Andalus, wie die Wüstensöhne das unterworfene Land nannten. Den ominösen Tisch, so fand der Wissenschaftler heraus, erwähnen sogar mehrere orientalische Autoren. Es kann durchaus sein, dass die Erzählungen über Salomons Tisch einen wahren Kern enthalten. Dieser Kern ist die Existenz eines Gegenstandes, der aus dem Jerusalemer Tempelschatz stammt und den die Westgoten bei der Plünderung Roms im Jahr 410 mitnahmen. Vielleicht hörten die Araber Erzählungen, dass sich dieser Tisch in Spanien befand, oder er wurde wirklich, wofür es tatsächlich konkrete Hinweise gibt, von den arabischen Eroberern gefunden und in den Orient mitgenommen. Das Archäologische Nationalmuseum der Hauptstadt hütet die Hinweise, von denen der Forscher spricht. Wertvolle Votivkronen, von westgotischen Königen als Weihegeschenke für Kirchen gestiftet. Die Preziosen, ein weiteres Glied in der Indizienkette. Der überzeugende Beweis für den Wahrheitsgehalt der Überlieferung? Denn der Tischte Salomon lagerte zusammen mit prächtigen Kronen im unterirdischen Zauberpalast, so die Erzählung aus Toledo. Offenbar hatten die fliehenden Goten noch Zeit, wenigstens die Kronen vor dem Feind zu verstecken. 1857 fand ein Bauer die Kunstwerke höfischer Goldschmiede beim Pflügen auf seinem Acker. Ein konkreter Anhaltspunkt im Meer der Vermutungen. Der goldene Tisch Salomons tritt noch einmal eine lange Reise an. So jedenfalls spinnen die islamischen Geschichtsschreiber den Faden weiter. Tarek lässt das Beutestück von Spanien nach Damaskus verfrachten. In der glanzvollen Metropole, der Perle des Morgenlandes, residierte im 8. Jahrhundert Kalif Walid als Herrscher über das muslimische Weltreich. Selbst die weltberühmten Erzählungen aus Tausend und einer Nacht erwähnen die Ankunft des sagenumwobenen Tisches. Verwirkt sich ein reales Ereignis hinter der orientalischen Fabulierlust? Erstaunlicherweise mitten in Deutschland lässt sich die Fährte wieder aufnehmen. Das Schloss über der Stadt Gotha beherbergt eine exquisite Handschriftensammlung. Dort lagern auch einzigartige Dokumente aus dem alten Arabien. Darunter die mittelalterliche Chronik der Stadt Mekka von Muhammad Ali Qodbedin. Der Historiker präsentiert eine schier unglaubliche Fortsetzung der Geschichte. Ein wissenschaftlicher Betreuer der altehrwürdigen Bibliothek übersetzt das Original. Al-Walid ibn Abd al-Malik schickte seinem Stadthalter von Mekka 36.000 Dinar, damit diese zu Goldplatten verarbeitet, an die Türen der Kaaba geschlagen werden sollten. Es wird gesagt, dass der Schmuck dem aus Gold bestehenden Tisch des Sulaiman ibn Dawud entstammte. Und dieses war von Toledo in Al-Andalus fortgeschleppt worden, auf einem kräftigen Maultier. Sulaiman ibn Dawud, der arabische Name für Salomon, Sohn Davids. Sollte das Heiligtum der Israeliten wirklich in einem arabischen Schmelzofen verschwunden sein, um als ein Berg von Münzen zu enden? Selbst wenn es stimmt, dass der Schaubrot-Tisch nach Damaskus gelangte, stellt sich die Frage, ist die Zahl von 36.000 Dinar, die angeblich aus dem Edelmetall geschlagen wurden, nicht völlig unrealistisch? Gab das Material überhaupt eine solche Menge an Goldstücken her? Noch einmal auf Spurensuche in Deutschland. Hinter Panzertüren verwahren die Mitarbeiter des Münzkabinetts der Universität Jena seltene Exemplare aus der Frühzeit des Islam. Darunter auch einen Dinar, den einst Kalif Walid aus Damaskus prägen ließ. Wenn die Chronik von Mekka die Wahrheit sagt, dann wären aus dem Jerusalemer Tisch Münzen von solchem Aussehen hergestellt worden. Ein Dinar bringt 4,23 Gramm auf die Waage. Für 36.000 Stücke mussten also etwa 150 Kilogramm Gold vorhanden sein. War der Schaubrot-Tisch wirklich so schwer? Die einzige, wenn auch ungenaue Angabe zu seinem Gewicht macht Flavius Josephus. Am meisten Aufsehen erregte ein Tisch von mehreren Talenten Gold, erinnert sich der Augenzeuge des römischen Triumphzugs. Ein Talent entspricht 30 Kilogramm, 150 sind in jedem Fall mehrere Talente. Nicht ausgeschlossen also, dass der jüdische und der arabische Historiker vom selben Gegenstand sprechen, dem Schaubrot-Tisch aus dem Tempel Jabes, vor fast 2000 Jahren verewigt auf dem Siegesdenkmal des Feldherren Titus. In Mekka, dem heiligsten Ort des Islam, soll das Gold aus Jerusalem gelandet sein. Die Kaaba verehren die Moslems als Geburtsstätte ihrer Religion. Ein Magnet für Millionen von Pilgern. Einmal im Leben soll jeder Gläubige die Wallfahrt zur Stadt des Propheten unternehmen. Gold für die Tür zu stiften, Tradition bei arabischen Herrschern. Heute genauso wie zu Zeiten von Kalif Walid. Der eingeschmolzene Tisch Jabes bei den Erben Mohammeds. So endet der eine Teil der abenteuerlichen Geschichte. Der siebenarmige Leuchter hat ein ganz anderes Schicksal. In den spanischen Sagen über die Westgoten spielt er nicht die geringste Rolle. Und auch keine einzige arabische Quelle erwähnt das prominenteste Kultobjekt aus dem Jerusalemer Tempel. Was geschah mit der Menorah seit ihrer Verschleppung nach Rom? Prokopius, der Chronist der Völkerwanderung, berichtet von einem zweiten Überfall auf die Metropole am Tiber. Als große Katastrophe hat sich das Ereignis in die Erinnerung der Nachwelt eingeprägt. 45 Jahre nach den Westgoten rennt ein anderes Germanenvolk gegen die Mauern der ewigen Stadt an. Die Vandalen unter König Geiserich. Die Eroberung von 455 hinterlässt nicht nur bei den Zeitgenossen einen verheerenden Eindruck. Bis heute steht der Begriff Vandalismus für sinnlose Verwüstung. Die berüchtigten Krieger machen gewaltige Beute. Auch ihnen fiel, so Prokopius, das Jerusalemer Gold in die Hände. Nicht anders als zuvor den Westgoten. Wie erklärt sich der offenkundige Widerspruch? Klaus May sammelt seit Jahren alle Quellen zum verschollenen Schatz der Juden. Der Privatgelehrte aus Freiburg hat eine einfache Lösung für die Ungereimtheiten in den Schriften des griechischen Autors. Bei genauem Hinsehen ist dieser Widerspruch bei Prokop eigentlich kein Widerspruch, wenn wir davon ausgehen, dass es sich um verschiedene Teile des Schatzes handelt. Die Westgoten haben sozusagen einen Teil des Schatzes mitgenommen mit dem Prunkstück Schaubrotisch. Die Vandalen haben das genommen, was übrig war, mit dem Prunkstück Menorah. Schon die Römer, so ist überliefert, hatten nach einem Brand im Friedenstempel die ausgestellten Beutestücke auf verschiedene Gebäude verteilt. Deshalb fielen nicht beide Objekte den Westgoten in die Hände. Später plünderten die Vandalen die Metropole offenbar gründlicher und entdeckten dabei die Menorah. Nach dem Raubzug bestiegen die gefürchteten Krieger die Boote und fuhren in ihre Wahlheimat zurück. Einige Jahrzehnte zuvor hatten sie sich auf afrikanischem Boden angesiedelt und das blühende Kartago zur Hauptstadt des Reiches gemacht. Doch ihrer Herrschaft war keine lange Dauer beschieden. Schon bald tritt eine neue Weltmacht auf den Plan. Im Jahr 531 liegt der byzantinische Feldherr Belisar mit seiner Armee vor Kartago. Sekretär des erfolgreichen Generals ist kein anderer als Prokopios. Der Schriftsteller musste seinen Dienstherrn auf dem Feldzug nach Afrika begleiten. So erlebt er die welthistorischen Ereignisse aus nächster Nähe mit. Belisar besiegt das gefürchtete Vandalenheer in einer großen Schlacht vor den Toren der Stadt. Seine Männer erbeuten dabei die Tempelgeräte aus Jerusalem, so schreibt Prokopios wörtlich. Ein jüdisches Märchen erzählt die Geschichte in poetischen Worten weiter. Hell strahlte der heilige Leuchter Javes über das Meer, als er auf einem Schiff von den Gestaden Nordafrikas an den fernen Bosporus reiste. Das heutige Istanbul steht auf den Ruinen von Byzant. Im 6. Jahrhundert Zentrum eines Imperiums, das von Italien bis nach Persien reichte. Einzig die Hagia Sophia, eine der größten Kirchen der Welt, kündet noch von der Pracht des einstigen Weltreichs. Die Einweihung des Gotteshauses fällt mit der Rückkehr Belisars aus Kartago zusammen. So gelangt die jüdische Menorah ins damalige Zentrum der christlichen Welt. In Byzant regiert der mächtige Justinian. Sein Palast sollte Schauplatz einer denkwürdigen Szene werden, die Prokopios ausführlich schildert. Im Angesicht des berühmten Leuchters, den ihm sein General präsentiert, ergreift den Kaiser Furcht. Juden, Römer und Vandalen rühmten sich seines Besitzes, aber ihre Reiche gingen unter. Offenbar bringt das goldene Kunstwerk Unglück. Darauf will es der vorsichtige Herrscher nicht ankommen lassen. Er lehnt das einzigartige Geschenk ab. Auf Anraten eines Juden verfügt Justinian, den Leuchter nach Jerusalem zurückzuschicken. Dort möge man ihn im Heiligtum der Christen aufstellen. Damit kann der Monarch nur die Grabeskirche gemeint haben. Dort verehren Christen bis heute die Stelle der Beisetzung und Auferstehung Jesu. Über der heiligen Stätte hatten die Kaiser von Bosporus schon im vierten Jahrhundert eine Kirche errichten lassen. Ob ihre Mauern aber jemals die Menorah beherbergten, darüber gibt Prokopios keine Auskunft mehr. Irgendwo zwischen Byzanz und Jerusalem verliert sich ihre Spur. Das Original aus dem Tempel des Herodes bleibt für immer verschwunden. Doch als Wahrzeichen ist der siebenarmige Leuchter unvergessen. Nahe dem israelischen Parlament, der Knesset, erinnert eine moderne Menorah an das Schicksal der Juden. Mahnendes Monument für die Vertreibung des Volkes und seine Heimkehr ins Land der Väter. 1948 nahmen die Staatsgründer das Relief vom Titusbogen ins Wappen Israels auf. Auch beim Chanukka-Fest steht die Menorah im Mittelpunkt. 160 v. Chr. hatten die Juden eine lange Epoche der Fremdherrschaft über Jerusalem beendet und den Tempelritus wieder eingeführt. Als die Priester die Menorah entzündeten, war nur geweihtes Öl für ein paar Stunden vorhanden. Doch die Flammen sollen acht Tage lang nicht erloschen sein. Gläubige Juden feiern alljährlich im November das Lichterfest, zum Gedenken an das Wunder. Jene acht Tage symbolisieren acht Kerzen, die mit der mittleren entzündet werden müssen. Javes Gold. Eine Geschichte zwischen Legende und Realität. Zwischen Jerusalem, Rom und Mekka. Eine Odyssee durch Jahrhunderte, Kontinente und Kulturen. Eine Geschichte über Juden, Christen und Moslems. Sie wirft ein Licht auf ihre gemeinsamen Wurzeln. Den Glauben an den einen Gott. Musik